In Frankfurt findet der GMM statt im Mai und eine unabhängige Handelsinitiative in Frankfurt veranstaltet dies und wir wollen aufrufen, dass so viele wie möglich von euch den Arsch hochbekommen und auf diese Demonstration kommen, um euer Recht wahrzunehmen, was in der Verfassung drin steht, dass ihr es nutzen sollt. Helft uns mit, eine Gesellschaft zu schaffen, die etwas fairer ist. Auch für Amt-Konsumenten. Kommt auf die Amt-Demo, den GMM nach Frankfurt.